Hallo und herzlich willkommen Leute zu einem neuen Video und zwar gibt es heute die Chaos-Kometen-Batterie von Röder. Das sind abbiegende bunte Kometen in Salven abgefeuert. Insgesamt haben wir hier 49 Schuss beim Kaliber von 20 mm. Das ist eine recht leichte Batterie für so viel NEM, aber der Effekt hört sich auf jeden Fall sehr, sehr interessant an. Auch das Design ist ganz gut getroffen, finde ich. Und ja, ich würde sagen, wir zünden die Batterie mal. Viel Spaß! Chaos-Kometen! Hey, wie geil, oder? Richtig gut. Finde ich gut, das Ding. Finde ich gut. I remember you, you lift my spirit, with you high is all I'm feeling, remember how we felt alive, I remember you, you make me stronger, can't go without end much longer, remember... ... ... ... ... ... ...